Ich bin ein bisschen schneller. Das ist den Oliver Kahn, der Titan. Unvergessen auch, Olli, hier, bitteschön, dein Mikro. Olli, wisst ihr noch, seinerzeit, 2001 in Mailand. Und heute, Olli, in deiner Funktion als Vorstandsvorsitzender, dein erstes Jahr, kurzes Resümee. Boah, ich glaube, das wird den Rahmen sprengen, jetzt ein Resümee zu machen. Zunächst bin ich beeindruckt, wirklich beeindruckt. Und ich weiß, was uns gefehlt hat, was uns die letzten drei Jahre gefehlt hat. Und das war dieses Gefühl, hier zu stehen, eure Unterstützung und eure Power. Und nur das macht den Fußball und das macht Bayern München aus. Und ich habe gehört, dass die Konkurrenz sich Hoffnungen macht, nächste Saison vielleicht mal Meister werden zu können. Und ich habe ja hier oben schon so das ein oder andere von mir gegeben, aber eins sage ich euch, diese Hoffnungen können die sich abschminken. Und nächstes Jahr, und das ist nun mal so bei uns, natürlich haben wir etwas geschafft, was einmalig ist. Was einmalig ist. Zehnmal deutscher Meister ist noch keinem gelungen, in noch keiner Liga, Top-5-Liga in Europa. Aber wir, der FC Bayern, wir haben das geschafft und darauf können wir stolz sein. Und nächste Saison, und unser Trainer hat es auch schon gesagt, greifen wir wieder richtig an und dann sehen wir uns hier wieder. Ich danke euch. Dankeschön. Dankeschön, Oliver Kahn. Dankeschön. 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 Dankeschön.